Hallo, hier ist Christian von Beachinspektor. Ich bin hier am Playa del Guincho im Nordwesten Teneriffas. Dies ist eine sehr kleine Badebucht mit Steinen. Das Besondere hier ist, dass man ein recht großes Becken hat, das geschützt ist vor den Wellen, die normalerweise im Norden Teneriffas sehr stark werden können. Der Strand ist recht abgelegen. Man muss ein größeres Feld von Bananen durchqueren, um hierher zu kommen. Ist ein längerer Fußweg auch. Lohnt sich aber, weil man also gerade unter der Woche hier fast alleine bis sogar komplett alleine sein kann. Am Wochenende hingegen wird es recht voll, weil für die Locals das auch ein beliebter Badeort ist.